Läuft ja schon ein Jahr. 16 Monate. Dich kennenzulernen ist eine ziemlich harte Nuss. Willst du überhaupt eine Familie? Natürlich, irgendwann schon. Ich bin Perry, ich arbeite für Grayson. Er hätte gern, dass du hier hinkommst. Wenn nicht du wärst, würde ich hinfahren. Ich weiß, wer du bist und wie du heilst. Natürlich, Alten, ruf dir voraus. Du sollst für mich arbeiten. Mit dem Scheiß bin ich durch. Wirklich? Klares Nein. Das wird Spaß machen mit dir. 440 Riesen. Machen wir jetzt diesen Austausch oder muss ich dir die Scheiße einfach wegnehmen? Du hast ja wirklich Eier. Ja, willst du es rausfinden? Entschuldigt mal, Boys. Könntet ihr kurz aus dem Weg gehen? Vielleicht ein Stück darüber? Schnappst du dir deins und ich meins? Wo fährst du an dem Dienstagmittag denn so hin, Ray? Naja, nicht zu weit weg. Er ist abgehauen. Erst was? Dieser Kerl ist, wie man es macht. Tja, das macht es nicht leichter. Oh mein Gott. Ich schaff dich hier raus, okay? Ja, klar. Du willst mich doch entführen. Entführen? Nein, ich will hier genauso raus. Ei, Schatz. Kannst du laufen? Kannst du laufen? Nein, aber ich kann hoppeln wie der Teufel. Ich muss weg von dieser ganzen Gewalt. Ich muss weg von dieser ganzen Gewalt. Und zwar jetzt? Ja, jetzt klingt gut. Und zwar schon. Ich forst mich. B equilibria meine Frau. Danncient sich die andere Malen, nein, ich habe- Aber ich habe es auch gehört. Und zwar kann sie nicht.